hallo und herzlich willkommen zu dieser aufgabe besuche den nullpunkt in einem motorboot und jetzt stellen uns natürlich die frage was brauchen wir denn dafür natürlich das motorboot ja ist natürlich klar es gibt so drei vier spots rund um den alten heißt eigentlich immer noch so ich kann es gar nicht erkennen der alte loot lake so nenne ich es jetzt einfach mal ich glaube heißt auch noch so oder auf jeden fall gibt es da drei vier spots wo du ein motorboot finden kannst und da müssen wir jetzt erstmal schauen ob wir da irgendwie die ersten sind ob wir da eins finden aber gerade immer wenn die aufgaben neu sind sind natürlich super viele leute unterwegs die auch dahin wollen ja also alternativ suchen wir uns dann noch mal eine andere stelle aber hier vorne nach 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 schaffen wir das da ist schon der erste beim ersten boot das werden wir also nicht mehr schaffen hier ist der nächste beim nächsten und meine güte das war ja wieder klar aber ich habe noch eine idee wir werden uns dann einfach woanders eins holen denn hier hinten schaut mal hier ich fliege jetzt hier gerade mal hin da gibt es noch mal zwei direkt hier südlich oder unterhalb von tilted towers das ding schnappen wir uns jetzt einfach ich mag es auch gleich gerne noch mal für euch wenn ihr wollt und dann oh ja hier ist natürlich schon richtig action und jetzt fahren wir einfach zum nullpunkt ja zack 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 eigentlich müssen wir es gleich auch geschafft haben ich war jetzt hier mal so rum und da ist die aufgabe auch schon erledigt guck mal das hat doch gut geklappt ich steig hier gerade mal aus und hinterlasst das boot für jemanden der es vielleicht auch noch macht setzt mich hier rein und markiere euch noch mal ganz kurz wo habe ich das her würde ich vielleicht sogar tatsächlich eher empfehlen hier unten sind direkt auch zwei boote da kriegt er das natürlich dann auch am schnellsten hin all right alles klar dann haben wir es doch schon geschafft ich wünsche euch weiterhin viel spaß mit den aufgaben bis dann erst mal tschau tschau